seine Haut zu retten und Reputation des Kremls wiederherzustellen. Danke für die Einschätzung, Roland Strumpf. In solchen Konflikten ist es immer schwer, Wahrheit von Propaganda zu trennen. Zurzeit ist es besonders schwer. In allen großen aktuellen Konflikten Syrien, Irak, Palästina, Ukraine und besonders Ukraine. Wem soll man da trauen? Andererseits ist es ja auch keine Option, nun gar nichts mehr als Tatsache zu akzeptieren. Manche Propaganda-Aktionen wollen ja genau das, Zweifel säen, das reicht dann. Propaganda auf allen wichtigen russischsprachigen Kanälen lässt Millionen Menschen immerhin glauben, in Kiew, der Hauptstadt der Ukraine, herrschen blutrünstige Faschisten, die einen Genozid an Russischstämmigen in der Ostukraine planen. Wir und viele Medien sind Hinweisen nachgegangen, ob das stimmt und haben festgestellt, es gibt diese Faschisten nicht, jedenfalls nicht an verantwortlicher Stelle in Kiew. Und trotzdem bekommen wir immer noch Zuschriften, die das behaupten.